So, willkommen hier wieder zurück zum nächsten Spiel. Ich habe mir meine Dejure jetzt auch angepasst und habe eine neue Nummer mir geholt. Bin aber in einer internationalen Mannschaft noch immer die 15, das ist einfach so. Bin sogar relativ fit noch. Ich bin wieder nur Kanker. Und los geht's. Marco Reus noch dabei. Und los geht's. Wie soll das funktionieren? Hä? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Jetzt wurde er auf Skype angeschrieben. Okay. So. Und es geht weiter hier. Gegen die Schweiz, wo ja auch, glaube ich, einer spielt von uns, glaube ich. Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. 100%. Aber Dortmund hat echt viele Nationalspieler, fällt mir auf. Und da ist Kanker am Ball und er wollte gerade schießen. Rodríguez. Rodríguez. Sommer ist jetzt halt bei Gladbach, glaube ich. So. Rodríguez. So. Rodriguez. Rodriguez. Schweinsteiger sehr stark. Volland. Und da ist Kanker. Und da ist Kanker. Und da ist Kanker. Und da ist Kanker. Kanker. Und Kanker läuft. Und Schuss. So. Zu weit drüber gezogen. Verdammt. Ja. Das passiert. Ach komm. Das kann auch nicht wahr sein. Chaka. Rodriguez. Klose. Attackieren wir mal ein bisschen. Ich glaube auch schon wieder viel zu viel. Jetzt kriege ich wieder eine 6,2. Das ist manchmal. Ja. Komisch. Ich mache es einfach nix und bekomme es gleich wieder eine bessere Bewertung und und und. So Kanker. Ach komm. Mustafi ist verletzt. Castro. Castro wurde offensiv vor. Keine Ahnung was da jetzt los war. Chaka. Das war verknappt. Wer ist denn am Tor? Neuer. Ne. Trapp. Ja. Wieso spielt momentan nur Trapp. Und kein neuer. Ja. Mustafi wurde glaube ich jetzt ausgewechselt. Und per Mertesacker ist reingekommen in die Partie. Aber cool dass du mich der Nationaltrainer momentan wieder spielen lässt. Ist ja schön mal wieder zu spielen hier auch in der Nationalmannschaft. Ist ja auch immer sehr wichtig dort zu spielen. weil so eben das Image von einem Spieler hochgehen kann. Weil Nationalspieler sehen halt wirklich wahrscheinlich jeder Trainer schaut sich oder Manager, Scouts schauen sich immer Nationalspieler an. Öfters. Glaube ich. Hoffe ich. Aber FIFA ist da ja glaube ich nicht ganz so realistisch. Aber es ist glaube ich trotzdem glaube ich ein bisschen was fürs Image hier Nationalmannschaft zu spielen. So durch. 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 Vorbei. Vorbei. Ich mache jetzt hier einen angeschnittenen Schuss. Sommerheld. Okay. Wir gehen näher ran. Lol. Alles klar. Habe ich mich weg bewegt. Habe da die Lücke aufgerissen. Bin dann da so rein und da fliegt dann irgendwie rein. Der wäre gar nicht 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 rein. Der Ball. Der wäre gar nicht rein. Der Ball. Alles klar. Der wäre mitgeholfen. Dankeschön für die Mithilfe. Oh die Schweiz. So weg. Trab. Ordentlich. Ja vielleicht hätte das was gebracht. Ist es nicht. Abseits. Ach komm. Abseits. Mann. Ja okay. Nein. Ach komm. Ich ziehe rüber. Da muss ich aber auf die andere Seite schießen. Okay. Mann. Das ist noch nicht ganz so ausgefeilt meine Schusstechnik. Außerhalb des 16ers. Da muss ich noch ein wenig arbeiten an mir. So. Genker. Oh Mann. Schweinsteiger. Kenker. Ken. Ken. Vorbei. Gut. Nochmal vorbei. Und. Oh Mann. Wollte ich gerade schießen. Und dann kommt wieder jemand dazwischen. Mamma mia. Ist es am Samstag schon wieder Bundesliga? Wahrscheinlich oder? Oder ist ja jetzt erstmal wieder Pause. Ich weiß es nicht. auch goedk好吃. Oh ich glaube. Oh. Ach, Sommer hält gut. Castro, komm her. sehr stark aber eben wieder mal ein geklägter Schuss von mir das ist halt das finde ich halt das blöde ich will mich verbessern aber dass dieses Schussversuche dass man denen auch besser wird finde ich ein bisschen schade dass du nur von Treffern oder sowas besser wirst na schade hat der Kopferduell nicht gewonnen mein Zuspieler oder den ich zugespielt habe Lichtensteiner Trash Trappau den Ball weg Gündogan spielt nicht ganz zu Kenka der ist irgendwie weggerutscht keine Ahnung jetzt bekommt ein Kenka Mann das kann doch wohl nicht wahr sein ich hasse Fernschüsse mittlerweile ich versuche ständig Fernschüsse oh Mann dann so schön der hält natürlich schade kriegen wir den ne geht ins aus dann laufen wir mal da ungefähr hin hier hin hier hin hier hin hier hin hier hin hier hin oh Mann da war ich hinter jemandem gestanden nicht schön Mertesacker Hallo Crash äh ja Schweinsteiger Bershaka erobert bei mir den Ball okay der geht vorbei der Fernschuss so bewegen wir uns mal so ein bisschen kriegen natürlich den keinen Ball die Schweizer mal im Angriff Schürrle sehr stark Musköpfen Mann okay war das immer aus okay stark okay da wurde ich weggegritscht okay jetzt gehen meine Bewertungen Punkte aber richtig weit runter weil ich halt recht schlecht gespielt habe da zu dem einen Zeitpunkt Kloser okay jetzt aber ey komm das kann wohl nicht wahr sein oh Mann ich muss jetzt kämpfen jetzt kämpfe ich mal okay jetzt aber starker Schuss sehr 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 stark 3-0 3 zu 0 und schön oben rein ich bin eigentlich der einzige der so richtig mit lang am spiel das ist alles coole so vor ach komm so jetzt nochmal vor vorrennen und zack ach komm wieder Ball im Haus und das spiel ist aus wir gewinnen es mit 3 zu 0 die Fans sind außer sich im Berliner Stadion Olympiastadion Tempo noch was verbessert außer das Tempo nicht okay weiter okay heute haben sehr viele gespielt okay ähm Training absolvieren natürlich nach den Nationalspielen ein A ein C ein D ein C ein D Verletzungsbericht Mustafi Dauer 8 Tage schade der Arme du stehst heute in der Stadtformation schon wieder und damit sage ich wir sehen uns der nächsten Folge schon wieder äh Dortmund jetzt wir haben die 11 bekommen bei Dortmund cool cool ähm Teambericht Moment bin ich eigentlich einer der Jungs ich bin 20 Jahre alt wow ich hab noch einiges vor mir okay hier sind auch ein paar 20er aber sind halt nicht stark da bin ich wirklich einer der stärksten und damit würde ich sagen wir sehen uns der nächsten Folge wir sehen uns tschüss tschüss